Ciao, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Seascore Overwatch. Nachdem die letzte Folge so spannend war, weil wir einen Fall geladen haben, der einfach kaputt war und wir dann reingeguckt haben, detektivmäßig, was da los war, hoffe ich ganz feste auf einen, ich wollte gerade sagen, der lädt auch wieder so lang, auf einen weiteren tollen Fall, aber das ist zumindest schon mal eine vollkommen normale oder reguläre Ladezeit. Also, arg viel, kann da vielleicht nicht rumkommen, oder doch? Kauf und Verkauf sind's auf Skinbarom. Mal gucken, welche Map. Wenn's das 2 ist, dann hat er wahrscheinlich an. Ja, oder Office. Alles klar, kann ich wahrscheinlich einfach durchspulen. Hallo, Boden. Ja, das war's dann mal wieder. Komplett schade, schade. Die Streak ist abgebrochen, die Streak von 1. Okay, der schlägt nach Kacke. Das lassen wir durchlaufen und ich hänge, glaube ich, aber noch einen Fall hinten dran. Ich lasse es gerade im Hintergrund laufen, dass wir den Ton nicht hören, weil das ist ultra nervy. Ich hab gehört, dass man's nicht so durchskippen soll, hier mit dem Knopf. Darüber, mit dem Teilchen hier. Weil dann Overwatch nicht ganz greifen würde. Also, noch weniger, als es eh schon tut. Darum soll man es so durchlaufen lassen, halt auf 1000%. Und dann ist es gut. Ich bin kurz auf dem Desktop und wir machen hier einen Schnitt. Dem drücken wir natürlich alles, weil er brutal nach Kacke stinkt und eben, ja, auch alles hatte. Grief hab ich jetzt halt nicht überprüfen können, aber was soll's. Wir machen CSGO kurz aus und dann wieder an, dann ist hoffentlich ein neuer Fall da. Ah ja, guckt mal einer, schau. Direkt im nächsten Fall. Und jetzt hoffe ich so ein bisschen, dass, ja, dass da was Gescheites kommt, weil sonst kann ich die gesamte Aufnahme verwerfen. Weil ich euch hier nicht langweilen will mit, äh, irgendeinem, also mit zwei Spin-Bautern, das wäre halt absolut keckig. Der lädt ungefähr so lang wie der andere auch. Könnte, äh, ja, könnte alles sein. Wir schauen einfach mal rein. Let's go. Bitte kein Office, bitte kein Web-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer-Wer- mit dem haarigen Kek, Leder, unerwartend. Na also Leute, na also, alle guten Dinge sind bekanntermaßen ja, ach du Scheiße.